Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Walking Dead A New Frontier und wir machen jetzt weiter mit Episode 3 Über dem Gesetz. Wir machen zu... nicht du. Ich bin nicht beantwortet, ich bin nur... interessiert. Was ist die Geschichte? Es ist nicht mein Geschäft, ich weiß, aber was haben wir hier zu verlieren? Sie ist mein Bruder's wife, sie ist Familie, und die Geschichte. Komm schon, Mann, du bist ein dummer. Wenn es zu diesen typen Dingen geht, die Geschichte nicht wirklich endet. Nicht für alle, auf jeden Fall. Es ist immer ein dummer, nicht wahr? Was ist das? Wer du liebst, wer du liebt, wer du liebt, wenn sie eins und das gleiche, oder andersrum. Du weißt, was ich sagen? Es ist nur wenn du denkst, dass du alles alles ausgesucht hast. Wenn es nicht dummer, es wäre nicht wichtig, richtig? Vielleicht. Ja, vielleicht. Ich sage nur, Mann, drei Dinge, die nie immer wiederholten, die Sonne, die Moon und die Wahrheit. Elinor und ich, wir waren etwas, bei einem Moment, aber nichts jetzt. Ich respektiere ihre Wünsche, ich wirklich sehr. Ich wünsche mir einfach mein Herz respektiert mir. Jesus hat seine Augen auf etwas. Was hast du für uns, Mann? Hör, sag mir, das ist nicht das, was ich glaube, ist. Ein halber Meter lang. Wir gehen wie wir sind. Wir können Walkers auf jeden Fall, wir besser fahren. Okay, look alive, people. I got them. Und tot. Oh, scheiße. Oh, nein. Scheiße. You should be more careful with this. You should be more careful with this. New Frontier kick you out? Doesn't surprise me. Not one bit. Not all of us. Kate and Gabe are still there. With David. David? That asshole's still around. This is gonna sound really weird, but... He's my brother. What? Wait. This place we're going? David sent you there? It's supposed to be safe. Clem. You can't trust him, Javi. I learned that the hard way. I never wanted to need people again. But I had nowhere else to go. The New Frontier gave me this and made me one of them. They promised they'd help him. That turned out to be a lie. We're gonna get you the medicine you need, AJ. I don't care what they say. Ich hoffe, keiner sieht uns. AJ, please. You have to be quiet. Okay, nimm mal die Spritze. Here it is. Nehmen. Häng in there, goofball. This will get you better. Clem. Dr. Lingard, was ist das Problem? Ich bin gut. Clem, bitte nicht. Das Vancomycin. Das ist das letzte. Es wird auf A.J. Ich habe dich gesagt. Es kann sich jemandem leben, wenn du richtig benutzt hast. Es ist die einzige Sache, die ihn zu retten. Aber es kann nicht. Ich bin sorry, Clem. Ich versuchte alles. Ich habe wirklich gemacht. Das wird ihm helfen, besser zu werden. Nichts kann euch jetzt helfen. Clem, zurück die Drogen. Bevor jemand herausfindet, dass du sie genommen hast. Nein, ich lege das nicht zurück. Ich muss versuchen. Komm schon, Goofball. Ich brauche dich für mich jetzt, okay? Siehst du? Das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Hey, Jay. Was ist das? Oh, scheiße. Ich habe sie gesagt, es war eine schlechte Idee. Du bist wieder hoch? Du bist zusammen, bevor die anderen sehen dich. Du bist mit dem verdammten Kind. Was hast du gedacht? Du hast gesagt, dass diese Drogen nicht helfen können. Du bist so dumm. Du denkst, dass ich ihn einfach verletzen würde? A.J. ist alles für mich, David. Ich würde alles tun, um ihn zu halten. Aber es gibt nichts mehr zu tun. Diese Drogen? Das koste jemandem Leben nach der Straße. Jemand in diesem Kamm. Jemand, der wir uns zur Überlegung haben. Komm schon, David. Sie hat nur versucht, seine Kinder zu helfen. Wir haben genug geholfen. Wir sollten ihn in den Wald ein Wochenende machen. Aber guck, es hilft. Es funktioniert nicht so, Clem. Du hast ihm einen Wunderschön geholfen. Nichts mehr? Ich wünschte, dass ich dir sagen würde, dass es ihn schützen würde. Aber das ist die Wahrheit. Das ist mehr als du, als du, als du. Das ist nicht fair. Du, als du, als du nicht verletzt hast. Wir haben uns die Hände gespürt. Wir haben uns einen von uns. Das ist wie du uns schütztst? Mit dir? Mit dir selbst vor dem Grupp? Du bist hier fertig. Du hast unsere Regeln verletzt, Clem. Du verletzt hast uns eine Hoffnung. Du hast keine Platz für dich in der Neue Frontier. Du hast das ziemlich verletzt. Das war über seine Erwartung. Du hast mich nicht verletzt. Es ist immer über Erwartung. Wir haben eine bessere Chance mit dir, mit dir zu gehen. Vielleicht sollten wir sie eine andere Chance geben. Keine Angst auf mich, Paul. Du wißt, was Joan sagen würde, wenn sie hier wäre. Entschuldigung, Clem. Du hast das auf dich selbst gebracht. Komm schon, A.J. Wir brauchen diesen Ort auch nicht. Nein. Er bleibt. Ich kann ihn nicht mit dir. Der船 ist verletzt. Geh aus meinem Weg! Jetzt! Clem. Er ist nicht in der Lage, um zu verletzieren. Geh aus ihm, Clem. Er wird nur auf dich in der da. Nein! Du monstern! Geh aus ihm! Was ist das? Was war das alles für? Nicht vergessen, ich bin einer von dir. Nicht mehr. Geh aus ihm. Geh aus ihm. Wir haben ihn so viel, wenigstens. Okay. Du hast ihn gehört. Geh aus ihm. 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 Du hast ihn. Quam! Ich dachte, A.J. wäre derjenige... Endlich. Derjenige, was? Derjenige, der nicht dabei ist. Clem, ich bin sehr entschuldigt. Meine kleine Geruchte. Das ist das, was ich für die andere Menschen vertraue. Wieder. Das ist das, was David schlief auf der Seite. Unsere schliefen Freunde sind zurück. So, der ist auch tot. Komm, mach das schnell zu. Alter, wie viele sind das? Komm schon. Äh, Tür öffnen. Oh, Scheiße. Wagenheber. Den kann man doch verwenden. Der Handel ist missen. Scheiße, der Griff fehlt. Na toll, der ist da drin. Der Handel ist. 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 Der Handel ist nicht höher. Der Handel ist nicht höher. Alle in die Tür. Wir laufen. alle rein es ist es ja 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 damn man that was too close hopefully that door holds him hey i'm here david don't you dare let that fucking baby killer in don't make me do this don't do it hobby he'll die he just said we need to barricade the door did you let him turn tell me now clementine no don't do this fuck up hobby we didn't have to worry about that what the hell does that mean he lived clement he lived but how he was dying clement said so aj bounced back he was stronger than we thought it was a miracle you're lying i don't know clement i don't think he'd lie about this you don't know him like i do clementine please i'm telling the truth where where is aj now i don't know for sure but he's in richmond dr lingard took care of the boy he'll know how to find him then i'm going back none of us are going anywhere until the walkers clear what's your plan david we store vehicle up this way provisions i came to get you set up and and say goodbye i don't want you to worry about kate and gabe i'll take care of my family from now on they'll be safe with me not happening david they're my family as much as yours is that what you think last night checked kate was my wife and gabe was my son oh nein we need something to buffer something heavy there help me wait a half second where'd you find this over there show me what the hell is all this this could come in handy don't want to just take them but i might okay leute ich würde zwar erstmal sagen das ist mit der folge ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal 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 Bis zum nächsten Mal.